Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Contors Fight Global Offensive, mit dabei der Drax. Hallo. Wir werden jetzt die Mission Phoenix Compound, wenn ich richtig lese, machen. Da müssen wir irgendwie Geise retten und hier steht, man kann hier nichts kaufen während der Mission. Das heißt, wir müssen nur die Waffen aufheben, die Gegnert woppen oder wie. Ja. Okay, starte mal. Und nicht über einen Rang wundern. Ich habe ja meinen Rang verloren, ein Matchwaking gemacht und dann habe ich den Rang bekommen. Das ist leider so, muss ich mal besser werden. So, die Map ist aber extra nur für die Mission hier gemacht worden, ne? Ja, ja. Die ist cool. Okay, werden wir sehen. Also, Drax hat die Mission schon gespielt, ich noch nicht. Und wir machen jetzt einfach bei Drax ein Replay. Oh, was ist das denn? Man kann sich auch heilen. Ja, das sind extra so Medi-Kids. Lol. Genial. Und wir haben 200 Kevlar. Aber du kannst dich, ähm, hier ausrüsten. Lol. Okay, aber nur Pistolen, ne? Ne, hier hast du auch so Schockgang und größere Waffen hast du nicht. Die werden dann später gedroppt. Was ist das? Was ist das denn? Probiere es aus. Das ist, das ist extrem cool. Taktiker, awareness, nade. Warte, hier wird es erklärt. Ich werfe. Achso, ist das, okay, da kann ich, ist das ein Wallhack oder was? Ja, das ist ein Wallhack. Lol. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn der Gegner jetzt hier ist, und ich bin hier, und ich wirf das jetzt auf den Boden oder gegen die Wand, dann kann ich durch die Wand sehen. Du kannst auch einfach hier vorwerfen, einfach vor die Wand. Achso. Dann wird dir komplett ausgestrahlt. Also ein Radius. Ja, genau. Egal ob der Wand oder was, egal was da dazwischen ist. Ja. Lol. Das ist extrem cool. Okay, äh, müssen wir jetzt da, in der X... Ja, wir müssen, ja, waiting. Genau. Jetzt. Achso, da werden wir mit dem Hufrauber transportiert. Missung ist ja wirklich genial. So, geh vor. Und einmal pro Abschnitt, ne, kriegst du so'n Mediket. Good luck. Das ist ja richtig nice. Mal gucken. Ist da oben im Tower was? Guck einfach nach. Ja. Und meinst du, der Gegner, oder meinst du, er... Da ist einer. Nice. Good job. Ah, hier kann man Munition auffüllen. Okay. Wer hat dich hier gut gehen lassen, hier? Ja. Dachte ich sowohl, ja. Wollen wir einen schönen Tag? So. Kommen da immer mehr T's, oder müssen wir wirklich nur gegen 5? Ne, ne? Ne, ne. Kommen immer mehr. Ah, ich hab ihn auch gesehen. Ich hab doch. Ah, da ist doch einer. Später kriegen die auch immer bessere Waffe. Okay, wahrscheinlich haben die auch besser einen Aim. Weil jetzt, haben die irgendwie sich abschießen lassen. Stay sharp. Still one left. Oh, da war der übelste Camper. Oh, ja. Good work. Achso, jetzt verstehe ich. Das war die erste Ebene. Ja, ja, das ist eine erste Ebene. Und danach jetzt kommt noch eine Ebene. Genau. Wird halt immer schwieriger. Okay, boosten kann man sich nicht. Boah, ich sehe gar nichts. Wie viel heilt die Heilung? Ähm, ich glaub 50. Oder full. Oh, hier sind so Coins. Muss man anscheinend sammeln. Kaisi. Uh, lol. Hab einen Coin gefunden. Die runden Benzinfester explodieren. Ja. Also, Achtung. Oh, haha. Ey. Was ist das? Good job. Für sich verstehe. Achso, müssen wir... Da auch noch was? Ja, hier ist noch so ein Coin. Was für Coin? Äh, wirst du gleich sehen. Boah, fehlt uns noch einer. Müssen wir anscheinend sammeln. Was ist hier? Hier ist nichts. Kommt man nur durch. Öff. Kommt man nicht durch. Nein, wir müssen irgendwo die nächste Ebene. So. Ich glaub hier die, äh, hier hoch. Ja genau, da ist die Tür. Das ist die Frage. Sind die drei Coins pro Ebene? Warte, lass mich vor. Irgendwie das Gefühl, dass da unten einer ist. Geht die Tür auf? Ist nichts. Hier geht die Tür auf. Da ist er noch. Steht der plötzlich neben mir. Lass mal deinen Medi-Kill-Shot. Dann sehen wir das. LOL. Hahaha. Richtig geil gemacht. Einfach so, Wallhack installieren. Einer noch. Ich glaube der ist hier beim LKW entlang. Die lachen auch so übel. Oh da ist ein übelster Hardcore Gegner. Wohl viel hält der aus. Da, da ist so ein Coin. Ah, haben wir alle jetzt. Ja, schätze ich mal. Ich habe keine Munition, fällt mir so auf. Kannst du ja auch die Waffen nehmen, die da liegen. Naja, aber bis jetzt lag da nicht so dolle Waffen. Muss gleich die nächste Munition... Äh, muss ich hier überhaupt mit Gabelstapler machen? Leil. Oh, habt ihr die Tür aufgemacht? Achso, achso. Hier ist die Geisel. Liegt noch eine 90. Was schießt denn hier? Was ist denn hier los? Durch die Geisel nehmen aber wir zurück. Du warst dann durch die Tür. Nimm du die Geisel. Liegt da irgendwo Munition? Ah, hier liegt eine Nate. Guck mal wieder durch. Die Tür ist zu. Ich glaube. Das ist ein Weg. Im Hintergrund Raum muss die, glaube ich, hoch. Ich habe vor den letzten Jahr gefangen, Profilin Valeria für sie. Ich weiß, die besser als jemand. Ich kann dich helfen, die sie zu stoppen. Da liegt Munition. Wir kommen hier auch durch. Wir müssen da runter. Da kommt noch mehr. Vollflash. Ich hab einen Flash bekommen. Da ist noch einer. Ja. Gut gemacht. Müssen wir hier durch die Tür? Ja. Nur noch. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Oh, da ist ein Arme dahinten. Oh mein Gott. Oh, den hab ich ja gar nicht gesehen. Oh, da ist noch einer. Gut, nice. Ich muss mich mal kurz heilen. Hier liegt eine SG. Oh, hier liegt eine AK. Nice. So, müssen wir hier durch die Tür rein? Hier leuchtet was. Ich glaube, wir müssen zusammen. WTF? Ich flasche, ich flasche. Nice. Ich muss mich mal eben heilen. So. So. Noch sind da keine Gegner. Okay. Wahrscheinlich kommt da noch eine letzte Ladung Gegner. Gleich am Ende. Oder können wir jetzt einfach durchrennen? Oh, ich glaube, gleich kommt noch eine. Ja, eine Ladung ist. Gibt es noch eine? Komm, ja. Ich bin so langsam mit der Geisel. Na, bis jetzt zeigt da keine Gegner an. Doch, zwei. Und die kommen hier hinter uns? Ja, hinter uns. Da stehen welche. Einen habe ich. Boah, da wird. Stimm ich ins Auto. Da meinte immer in 50 Sekunden. Wahrscheinlich werden die uns abholen. In 50 Sekunden. Oh, da kommen viele. Da kommen viele. Die Straße. Ich sehe gar nicht auf dem Turm. Auf dem Turm? Ja. Boah, ich muss ich heilen so schnell. Ich werde hier voll beschossen. Einer Close Steps. Oh, da ist noch einer. Oh, da kommen immer mehr. Die sind... Ah, ah. Ich bin gleich tot. Versteck dich hier hinter ein Auto. Ich habe mich geheilt. Jetzt kommt unser... Schrauber. Der ist auf dem Dach. Ich habe kaum Munition. Ach. Puh. Hast du mehr Punkte als letztes Mal? Nee. Na. Mit wem hast du das letzte Mal gespielt? Ähm... Weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lang her. Okay. Ich glaube, das war schon... ... vier Tage jetzt wieder her oder so. Du hast nur mehr Punkte, weil die Geisel gerettet hast wahrscheinlich. Naja, die Mission war nicht schlecht. Ja. Fand ich auch. Fand ich jetzt richtig gut. Und das ist einer der ersten Mission. Ich glaube... Es gibt drei Stück oder vier Stück, ne? Warte. Ist das jetzt die vierte oder fünfte Mission? Insgesamt. Das ist... Warte. Das ist jetzt die vierte. Warte. Ich guck mal eben. Genau. Das war hier die. Und da kommen ja noch jede Menge. Da würde ich ja gar nicht wissen, was da jetzt äh... Äh... Hier drin ist. Oder hier drin ist. Das muss auch bestimmt noch besser sein. Ja. Ach. Sonst war ja noch Anspruchsweiber. Es war richtig nett. Also ich hab dann noch nicht freigeschaltet, aber nächstes Mal spiel ich das auch selber und mach da halt selber die Punkte, aber... Es war richtig nett, die Mission. Ja, war cool, ne? Ja. Hat auch schon... Mal was Neues. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Mission. Wahrscheinlich wird das äh... Die hier sein oder die. Oder ich überspringe alle Missionen und mach direkt die nächste Folge bei denen hier, die sich jetzt wirklich lohnen. Weil die kleinen Missionen, die gehen auch teilweise in 5-10 Minuten durch und... Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschö.